Muff-Runde und herzlich willkommen zum 25. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Der erste, die Augsburger Panther empfangen. Den letzten aus Iserlohn, die Roosters, heute zu Gast bei den Augsburger Panthern. Und wir dürfen gespannt sein auf dieses, auf dem Papier, eigentlich klar aussehende Spiel. Aber in dieser Liga ist alles möglich. Alle können alles schlagen. Und Augsburg, auch wenn sie hier noch zusätzlich zu Hause spielen, das Spiel ist nicht entschieden. Und es werden 60 Minuten gespielt. Und 60 Minuten lang wird Iserlohn kämpfen. Wichtige Punkte einzufahren beim Tabellenersten. Das ist das Ziel der Iserlohner, die heute in den weißen Jerseys hier in Augsburg auflaufen. Und Augsburg in traditionellem Grün. Natürlich vor einischer Kulisse. Strafzeit gibt es. Noch drei Minuten gegen Iserlohn. Und das sind eben die Dinge, die Iserlohn heute vermeiden sollte, diese Strafzeiten zu nehmen. Denn die Strafzeiten können zwangsläufig zu hervorragenden Situationen bei den Augsburgern führen. Da ist Frazier. Der probiert es einfach mal vor Brunner und Ullmann. Dann kommt noch an den Nachschuss ran. Aber auch da gut verteidigt der Iserlohner. Nichtsdestotrotz, die ersten 15 Sekunden des Überzeitspiels. Brandgefährlich der Augsburger IV. Prima gelegt, aber Stone. Und wichtig jetzt natürlich für Iserlohn, dass man diese Scheibe möglichst einfach, möglichst schnell wieder aus der Gefahrenzone befördert. Und wieder die Möglichkeit für Augsburg. Und trotzdem, Iserlohn kann sich erneut relativ schnell, relativ spielerisch befreien. Augsburg bringt nicht den nötigen Druck mit. Vielleicht jetzt mal mit abwarten. Ullmann. Zurück an die Blau. Da ist keiner. Konterchance Iserlohn. Wertvolle Zeit, die man da von der Uhr nimmt. Und jetzt vielleicht Holzmann auf Freyter. Konter Möglichkeit mit Ullmann. Der ist mit dabei. Da steht links. Ullmann, aber wieder schön pariert vom Keeper der Iserlohner. Und auch wieder hier links kein Mensch. Augsburg mit anfänglichem guten Powerplay. Dann aber stark nachgelassen. Die Zuordnung an der blauen Linie. Sie ist noch nicht richtig. Und das hat zur Folge, dass Iserlohn in dieser Sekunde wieder komplett ist. Und man dieses Unterzahlspiel übersteht. Und jetzt ist aber der Controller weg. Der kann nicht leer sein. Da ist es geladen. Aber wir probieren es. So, jetzt ist er wieder da. Also ist er doch leer. Gut. So ist es. Kurze Unterbrechung. Und die nächste Strafzeit. Wieder gegen Iserlohn. Und die nächste Überzahlsituation für Augsburg. Knappe sechs Minuten vorbei. Iserlohn natürlich. Müssen sie relativ harsch. In dieses Spiel rein. Und Juli Blanc. Sahir Giel kämpft da jetzt gegen Conor. Und ist auch erfolgreich. Augsburg hält die Scheibe drin. Jetzt rüber. Aber Leblanc kommt nicht direkt zum Abschluss. Und der war gut. Der Spielzug. Augsburg nähert sich dem Tor wieder an. Und Sahir Giel. Abgenommen von Stone. Da geht er easy durch. Und dann die Strafe. Die unnötige Strafzeit. Gegen die Augsburger. Aber so ist es manchmal. Und damit. Die Überzahlsituation vorbei. Vier gegen vier. Sehr schön. Jetzt hat die beiden Teams etwas Platz. Probieren sie in die Lücke. Und das machen sie gleich hervorragend. Und das machen sie gleich hervorragend. Schade. Wieder eine hervorragende Chance für Augsburg. Die von Beginn an hier zu Hause wirklich Druck machen. Gegen den nominellen Tabellenletzten. der jetzt noch eine knappe Minute Powerplay bekommt. Lautenschlager. Aber auch hier Augsburg sehr aufmerksam. Die Scheibe wird schnellstmöglich rausbefördert. Da ist Hase. Der hat in der Mitte Platz. Der hat in der Mitte Raum. Der hat Zeit. Und der schießt in den Unterzahl. Die Iserlohn kommt. Und vergeigt. Also sie sind noch nicht richtig da. Die Iserlohn Lusters. Klappt noch nicht ganz so gut. Und heute wirklich viele, viele Strafzeiten. Oh, schön abgefilscht. Und Brunat. Neun zu zwei Schüsse in diesem ersten Durchgang. Oh, geht da durch. Suta gut auf Stone. Vorsichtig. Jetzt wiederum die Iserlohn Lusters in Unterzahl. Aber jetzt die Kontermöglichkeit über Traveldian. Der kann nicht gut reinziehen. Eine Minute noch Überzahl. Für Augsburg. Und da ist wieder keiner. Bei Augsburg steht an der blauen Linie keiner. Aber Lamp. Mit der Möglichkeit. Da sieht er auf einmal, dass alles frei ist. Schade. Schade. Gute Chance für Augsburg. Zehn Minuten. Erstes Drittel. Zur Hälfte vorbei. O'Connor. Aber es kann sein, dass wir da auch wieder ein bisschen was umstellen müssen nach dem Content-Update. Gerade was die Strafzeiten betrifft. Scheint es doch sehr, sehr viel wieder zu sein. Und das sage ich, obwohl die meisten Strafzeiten im Prinzip für den Gegner ausgesprochen worden sind. Oha, Stila mit dem schnellen Movement. Sehr schön gemacht. Der Iserlohner kommt nicht ran. Und es gibt die nächste Strafzeiten. Also Strafzeiten sind es gerade wieder sehr, sehr viele. Noch sieben Minuten zu spielen. Und wir haben schon fast zehn Minuten aufgenommen. Also da werde ich nach dem Spiel ein bisschen wieder was umstellen müssen. Weil alle zwei Minuten, da können wir dann gleich 60 Minuten spielen. Die Strafzeiten-Skalierung, ja. Tatsächlich ein Problem. Ich glaube seit 2018 moniert man das. Es ist halt schwierig. Jetzt aber. Oh. Und dann muss doch irgendwann mal die Scheibe an Brunard vorbei. Das ist quasi unmöglich. Brunard, der richtig gut hält bis dato. Oh, und dann die Kontermöglichkeit für Höfel. Kein gutes Spiel da vorne drin. Und Olivier Roy muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Trotzdem bleibt Iserlohner dran. In Unterzahl. Wahnsinn. Nochmal Iserlohner. Gut von Leblanc mitgearbeitet. Dieses Unterzahlspiel geht natürlich in die Kräfte. Hei, hei, hei. Halbe Minute noch. Iserlohner. 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 Lange und oft in Unterzahl. Dementsprechend kaum Schüsse in die Offensive. Und das wird es gewesen sein. Iserlohner übersteht auch diese Unterzahl-Situation. Holzmann. Vielleicht noch diese eine Möglichkeit. Nein. Boah, da steht sogar der Iserlohner parat. Und wenn er den kriegt, schnellstmöglich unter Kontrolle, dann wird es gefährlich. Nochmal Holzmann. Der legt ab auf Callahan. Jetzt fehlt die letzte Anspielstation. Die da kommt in Form von Alex Lambacher. Bugsmann, Weidner. So, Iserlohner wieder komplett. Und jetzt müsste man versuchen, die Scheibe aufs Tor zu bringen. So wie hier Weidner, Bugsmann. Tor. Scheibe kommt. Nachschussmöglichkeit verhindert durch Gallahan. Und dann erstmal weg das Ding. Druckphase der Roosters. Boah, die jetzt bei 5 gegen 5. Hier mächtig gut aufspielen. Ich komme nicht mehr raus. Wahnsinn, wie Iserlohner da Druck aufbaut. 13 zu 7. In den letzten knapp 50 Sekunden hat Iserlohner hier wirklich einen Schuss aufs andere. Oder einen Schuss nach dem anderen aufs Tor gebracht. Und dann war es das 0-0 nach den ersten 20 Minuten. Langes Drittel. Viele, viele Strafzeiten. Fünf an der Zahl. So, Drittel gibt's. Aber es ist schon, hab ich. Nichtsdestotrotz, rein in den Mittelabschnitt. Iserlohner mit dem Pulli gewinnt. Trevelyan allerdings mit der Scheibe. Ein anderer Weg versucht. Sehr schön gestoppt. Schöner Check. Und sah hier Gil. Boah, Leute. Iserlohner wird stärker. Sehr schön raus über McNeil. Rechts geht Leblanc. Aber es fehlt immer noch so der Zentimeter. In Richtung Tor. Jetzt wieder Iserlohner. Halmo. Aufs Ute. Außer hier Gil. Scheibe bleibt drin. Finlay. Sie suchen die Lücke. Iserlohner zuverspielt. Und dann ist die Scheibe weg. Boah, Uwe Madden. Es fehlt immer so der letzte Pass. Hälfte des zweiten Durchgangs ist vorbei. Boah, schönes Hin- und Hergespiel. Aber am Ende Brunner wieder der Sieger. Hat er schön gemacht. Ryan O'Connor, der Spieler mit den meisten Punkten für die Iserlohners. 13 an der Zahl. Nach knapp 25 Spielen ist das natürlich sehr, sehr wenig. Sehr schön von Pejau. Der auf Zezemski. Der hat jetzt ein bisschen Rückraumplatz. Scheibe kommt wieder vor das Tor. Und nächste Strafzeit. Für Iserlohner. Jetzt muss mal ein Treffer rein. Da wird nicht wieder vorbei. Rumble. Und er bringt den Puck raus. Wenn der Zezemski. Der Lange sieht vorne Stieler. Der links auf Ullmann. Oh, Stone, Scheibe bleibt Sehr schönes Vorchecking der Augsburger Und jetzt vielleicht aber Holzmann Wenn er den nimmt Aber schön hinterm Tor ausgespielt Der Iserblunder kam rechts rum Der Augsburger entschied sich Nach links zu fahren, harter Check Jetzt aber die muss Und jetzt steht er wieder mit dem Rücken zum Tor Aber es kommt kein One-Timer Augsburg steht sich da selber im Weg Und man hätte hier schon zwei Sogar 3-0 vielleicht führen müssen Dieser Lohn bringt den Puck wieder nach draußen Wertvolle Sekunden Die man den Augsburgern von der Uhr nimmt David Stieler Tja, der hätte nach hinten an die Blaue gesollt Payal Konterchance Iserlo in Unterzahl Aber schön gelöst Von Augsburgs Verteidigung Jetzt aber Holzmann Darf nicht wahr sein Darf nicht wahr sein Was? Haken Okay, es war nicht der Check Sondern es war die Aktion vorher Und damit wird es in 10 Sekunden Die Überzeit geben für die Iserlohn Roosters Jetzt aber auch wieder Brunard Der ist heute nicht zu überwinden Beide kommen zu Fall Augsburger mit der Scheibe Und dann kann er zwei Iserlohne abschütteln Aber dann wieder der typische Zweikampf Der den Gegner hier anwendet Um mal einen Spieler rauszuschieben Und jetzt gilt es einfach Zeit von der Uhr zu nehmen Das ist jetzt das A und O McNeil bleibt dran Vorsichtig Iserlohn Findlay Oh, Conner Oh, Tor, da ist es Und so einfach funktioniert Eishockey Rüberlegen Von der Blaue schießen Und dann das Ding einnetzen Wunderbarer Spielzug Und Iserlohn Geht in Führung Das ist natürlich bitter Augsburg Bestimmt regelrecht die Partie Hat vorne einfach Probleme Die Scheibe unterzubringen Ja, das machen die Iserlohne in dem Fall besser Und dann steht es zu Recht 1 zu 0 Für die Gäste Und das ist das, was ich immer sage Man darf keine Mannschaft unterschätzen Egal wo das Team aktuell steht Es ist vielmehr noch der Ansporn Wie man sich selber setzt Hier weiter auszuspielen Was denn jetzt Tor verschoben Ja 3,23 noch Im Mittelabschnitt Iserlohn mit der 1 zu 0 Führung Und auch gegen 2 keine Chance Oder was heißt auch gegen 2 mit 2 keine Chance Alter Also Iserlohn ist Richtig stark geworden Hier geht Ende des Mittelabschnitts Und so gehen wir Zu Recht mit der Führung Der Roosters In diese zweite Drittelpause Noch ein Drittel ist Zeit Noch ist alles möglich Noch haben wir alle Chancen Auf den Ausgleich 19 zu 10 Die Schussstatistik spricht eigentlich Bände Aber bislang Kommen wir da einfach nicht ran Und nächste Strafzeit Iserlohn Jetzt müssen wir sie nutzen Oder vielleicht sogar schon in diesem Moment Dass die Strafe gar nicht erst ausgesprochen werden muss Augsburg ohne Torhüter Mann Aber was will man machen Dieser Brunner da hinten drin Der ist heute Der absolute Wahnsinn Und manchmal Gehört da natürlich einfach noch ein bisschen Glück dazu Boah Leute Oder in dem Fall Pech Glück gehabt Dass Iserlohn diesen Fehler hier nicht nutzen kann Zum 0-2 Dann wird es schwer für Augsburg Jetzt aber Holzmann Das ist nicht wahr Und warum geht der wieder weg? Komm schon Komm schon Iserlohn kommt nicht raus Wir kommen nicht rein Jetzt ist die Scheibe weg Ach Mann Und Olivier Roy spielt da gut mit Wenn er da dran kommt Rechtzeitig Und Trevelyan Es will nichts rein Jetzt aber Boah Steeler Boah McNeil Schöne Drehung Gut abgeschüttelt Sein Gegenspieler Es gibt es nicht Nichts zu machen heute Das ist wieder einer dieser Partien In der man einfach keine Möglichkeit hat Jetzt ist er drin Tuleblanc Und das hat es gebraucht Und das hat es gebraucht Diesen Treffer Für Augsburg Der war so so wichtig Und was man wieder nicht In Überzahl gemacht hat Das schafft man Jetzt Bei 5 gegen 5 Ganz wichtiger Treffer Und schön rausgespielt Und da hat Brunner Absolut Keine Chance 5 21 Gespielt Im Schlussabschnitt Und hier steht es 1 zu 1 Augsburg Ist wieder zurück Wie wird Iserlohn Da drauf reagieren Pitan Jetzt natürlich Mit dem Aufwind Im Rücken Die Augsburger Panther Finn May Aber auch Iserlohn Weiterhin offensiv bemüht Lassen sich da Überhaupt nicht aus dem Konzept bringen Augsburg mit vielen Fehlern Im Aufbau Stone Pöffel Boyle Holzmann kämpft Und Holzmann hat die Scheibe Valentine Aber überall kommen die Checks Dafür könnte es mal 2 Minuten geben Nicht ständig für dieses Haken Gedöns Oh Aber Iserlohn Drückt Kaum eine Möglichkeit Gerade für Augsburg Jetzt haben wir Steffen Tölzer Come on Schade Einfach probieren Noch 5 Minuten Möffel kommt durch Olivier Roy Weit rausgekommen Den Wickel verkürzt Und wieder Tölzer Sieht da vorne Payal Der hat ein bisschen Raum Und der passt Der war richtig gut Noch etwas mehr als 2 Minuten Schön gesehen Payal Aber ich sag's ja Aber ich sag's ja Iserlohn Sehr sehr Physische Spieler Jetzt komm Oh Und Iserlohn Nochmal Mit der Brechstange Stealer Na klar Na klar Come on 36 Sekunden Wird's wieder so eine Partie Wie im letzten Spiel Auch da Augsburg In allerletzter Sekunde Quasi Mit dem Siegtreffer Oder macht denn dieses Mal Iserlohn Noch ist Zeit Sesemski Wenn weggelegt Vorsichtig Vorsichtig Höffel Noch 10 Sekunden Das wird die letzte Möglichkeit Nach Der regulären Oder vor der Mit Ablauf Der regulären Spielzeiten Und es bleibt Beim 1 zu 1 Und damit muss man sich Die Punkte teilen Was eine Partie Aber Augsburg Zwingt Iserlohn In die Overtime Und in den nächsten 5 Minuten Sucht Dieses Spiel Einen Sieger Ansonsten geht's Ins Shootout Schade Erste gute Möglichkeit Jetzt ist er da Ich hab Ullmann gesehen Und bei 4 gegen 4 Ist es natürlich Eine bessere Möglichkeit Viele Individualisten Haben jetzt ihre Chance Ullmann Schöner Interception Und Iserlohn bekommt Hier von Anfang an Wirklich Druck 2.25 noch Was ein Spiel An diesem Sonntag Und statt dass man sich Da den anderen Spieler Aber das ist halt Sehr schöner Fraser Jetzt 2 auf 1 Situation Mit Ullmann Mit Ullmann Und Tor Und er macht's Und Augsburg Gewinnt Nach Overtime Der war so wichtig Und wieder ist es Augsburg aus einem 0 zu 1 Machen sie 1 2 zu 1 Nach Overtime Und diesen Extrapunkt Den hat man sich Absolut verdient Schön rausgespielt Schön abgeschlossen Und dann bezwickt man Den Tabellenletzten Aus Iserlohn In Overtime Wahnsinnig guter Abschluss Und Christoph Ullmann Das hat er richtig gut gemacht Hier So nächste Partie Am Freitag Gegen die Kölner Haie Die Krefeld-Pinguine Auf der 2 Sehr schön zu sehen Aus meiner Sicht Natürlich In dieser virtuellen Saison Auf 3 Haben wir den RC Red Bull München Dann Düsseldorf Und die Fischtorn-Pinguins Bremerhaven Nur 5 Punkte Liegen zwischen Bremerhaven und Augsburg Die Kölner Haie Auf der 6 Dahinter dann Die Thomas-Abo-Eistigers Und die Eisbären Berlin Auf 9 Die Schwenninger Wild Wings Von IAC Ingolstadt Dann die Straubing-Tigers Die Grizzlies Wolfsburg Die Adler Mannheim Und Schluss liegt weiterhin Die Iserlohn Roosters Wenn es euch gefallen hat Lasst mir ein Like da Ansonsten Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Bladi L.P Das war's Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal